Moin, ich heiße Anton. Seit zwei Jahren bin ich in der Lübecker Knabenkanterei. Das ist ein Chor, wo nur Jungs singen. In der ersten oder zweiten Klasse geht es mit dem Nachwuchskor los. Dann lernen wir alle zusammen Schritt für Schritt singen und haben sogar schon unsere ersten Auftritte. Später, wenn ihr dann ein bisschen größer seid, geht es dann in den Konzertchor, wo ich auch schon fast dazu gehöre. Dort singen dann große und kleine gemeinsam ganz unterschiedliche Musik. Zum Beispiel im Dezember, wenn bei unserem Weihnachtssingen jedes Jahr fast 4000 Menschen zuhören. Ja, da war ich mich ein bisschen aufgeregt. Da war ich sehr aufgeregt. Ich glaube, aufgeregter als jetzt. Ja, aber wenn man sich ja auch erstmal einsingt, dann ist es ja auch richtig cool. Also wenn man dann im Konzert richtig steht, dann hat man sich eingesungen und dann ist es richtig cool. Aber wir singen nicht nur gemeinsam. Vor oder nach der Chorprobe spielen wir zusammen Fußball, Tischtennis, Tischkicker oder was uns sonst noch so einfällt. Einmal im Jahr fahren wir auf eine Chorfreizeit. Da können alle mit, die wollen. Und das ist richtig cool. Letztes Mal, da durfte ich auch schon dabei sein, waren wir alle zusammen auf Heldenland. Der große Konzertchor macht jedes Jahr eine Reise. Manchmal sogar ins Ausland. Der Chor war zum Beispiel schon in Frankreich und in Schottland. Neben den Konzerten gibt es da dann viel zu sehen und zu erleben. Darauf freue ich mich schon. Hast du auch Lust, bei uns mitzumachen und mit uns zu singen? Bald gibt es wieder einen Schnupperkurs, bei dem du unseren Chor kennenlernen kannst. Auf unserer Website erfährst du alles Wichtige dazu. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich! Jubel zu! Ich freue mich, Jubel zu! Jubel zu! Jubel, operator, soum!